So, Zwischenmahlzeit habe ich mir verdient, wie ihr sehen könnt, was feines, leckeres und zwar ein Thunfischsalat, ein Thunfischsalat mit halbem Esslöffel Essig, halbem Esslöffel Öl, kalkepresstes Olivenöl, nicht so viel Essig, bisschen Kräuter dazu, Essig ist wieder ein bisschen zuckerhaltig und da ich ein kleines Dickerchen bin, muss ich mit Zucker ein bisschen vorsichtig sein. Spaß beiseite, ich darf einfach über einen gewissen Wert rauskommen, ich muss gucken, dass ich trocken werde, ich kann nur durch extreme Härte überzeugen im Wettkampf, ich bin nicht der mit der schmalen Taille, ich bin nicht der mit dem extrem breiten Rücken, somit kann ich nur furztrocken, staubtrocken überzeugen und da bin ich dran, deswegen bin ich vorsichtig, was die Carbs anbetrifft, ich kenne meinen Körper. Gebt mir jetzt die Zwischenmahlzeit, dann muss ich noch schön raus, zwei Fitnessgeräte laden für morgen zum Ausliefern und dann kommt irgendwann gegen 20 Uhr das Abendessen. Bis gleich!